Haben wir eine Krankenhaus-Mülltonne gefunden? Schmarotzer! Kann mich nicht drum kümmern! Warum nicht? Keine Zeit mehr, McFierliss! Keine Zeit mehr? Ja! Es tut mir leid, Wolfram! Können wir ihn bei dir lassen? Nein! Der ein schwarzer Mann! Dein Name ist übrigens... ...Abuam... ...Hansachalett! Heftig! Da müsstest du schon genauer schauen, Pancho! Welche Vorstellungen von Männlichkeit du hier rein importierst? Er ist das Mörs! Kommst du doch mit! Kommst du doch mit! Sag einmal! Ich kenn dich doch! Oje! Du bist doch der Haubentaucher von Wer wird Millionär! Jeder kann es schaffen! Wir kommen zur Blitzkarriere! Doppelte Punktzahl! Frage! Wer ist dieser schwarzhaarige Kackstöpsel? Schwarz? Haarig? Schwarzhaarige Männer? Es ist der Sohn vom Schorsch! Aber ich weiß, dass er ihn liebt! Weil jeder Papa, der die Bengi liebt! Egal ob er ein Gewinner ist oder nicht! Ich hab Tico gesehen! Wer? Tico! Mein Papa! Ich weiß, dass hier irgendjemand noch nicht mitbekommen hat! Mein Papa! Wenn du frierst, zündet er sein Feuerchen für dich an! Wenn du hungerst, teilt er sein Brot! Und wenn du dich fürchtest, streicht er dir sanft über die Stirn! Er ist der Ritter der Barmherzigkeit! Er ist der Ritter der Barmherzigkeit! Der Ritter der Barmherzigkeit. Wenn du schwarzgeren würdest, schimmstans nicht mit einem Preis! Und dafür, wenn du schwarzschild möchtest!